Hüge ist, guck, echt, also und dann, wir haben schon eine tolle Sendung gemacht und jetzt wollen wir noch eine machen und euer Sendung ist Hügeli. Cozy, warm, nice, kommunikativ, Freunde, vielleicht auch ein Getränk, Musik. Auf jeden Fall ein Getränk. Gutes Sein miteinander, das ist Hügeli. Dann machen wir es dir so richtig Hügeli am Donnerstag, den 17. Januar, im Kukun. Hört sich irgendwie bayerisch an. Dann machen wir es dir so richtig.